Liebe Freunde, mein Name ist Kausilf Laumann. Ich bin Christdemokrat mit Leidenschaft. Christdemokraten haben Werte. Deshalb ist es wichtig, dass wir für alle Bürgerinnen und Bürger da sind. Deshalb will ich gerne meinen Beitrag leisten, dass unsere Verankerung in der Arbeitnehmerschaft stark bleibt. Für die vielen fleißigen kleinen Leute in unserem Land. Für diejenigen, die pflegen. Für diejenigen, die an der Kasse sitzen. Für diejenigen, die in Handwerk und Industrie arbeiten. Denn das ist eine wichtige Voraussetzung, um Wahlen zu gewinnen. Ich möchte gerne meinen Beitrag leisten, dass wir so sprechen, dass uns auch jeder versteht. Ich möchte meinen Beitrag leisten, dass die Themen der Arbeitnehmerschaft eine Rolle in unserer Partei spielen. Und wenn Sie das auch möchten, dass es diese Stimme gibt, dann geben Sie mir bitte Ihre Stimme. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020